Da kommt man gar nicht drauf klar auf sein Leben. Dann mach ich doch ganz gute Sachen. Und ich lauf gegen die Kiste. Das hab ich jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, mein Ame ist manchmal auch ein bisschen bad. Ich denke, das kennt jeder, oder? Wenn der Gegner hier ist und der zieht dahin. Passiert. Ist passiert. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Matchmaking. Wir spielen Karsch. Meine absolute Lieblingsmap. Oh, dem drück ich natürlich den Headshot. Das doch nicht. Ich hoffe natürlich wieder auf einen Sieg. Denn langsam sollte der Adler mal kommen. Hallo Team. Hallo. Ich gehe weg. Yes, ich spreche. Das ist schon mal so gut. Gleich ist der Livestream. Für euch wahrscheinlich nicht. Weil ich nicht weiß, wenn das Video online geht. Aber ich nehme es gerade am Dienstagabend auf. Oder ja, also doch Abend. 3, 2. Nein, 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 nein. Oh, shit. Ich habe Headshot. 1 muss below HP. Wir kommen. Onspot. 1 auf HP. Er geht einfach auf A. Hopp. Diese Kacknasen. Ich sage als allererster. I go A. Und dann sind trotzdem 2 auf A. Werde ich nicht gehört? Oder sind die einfach auf beiden Augen taub? Das ist schon. Gut, gut. Okay. Ich komme natürlich mit B auch klar. Kein Problem. Aber es fuckt einfach ab, wenn man... Ne? Und so. Ihr wisst doch, wie es ist. 1 ist in front of B. Sunroom now. Bomb ist A. Down. B1. Nein, 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 nein. Es ist... Oh Gott, oh Gott. Ich bin wieder am Callen, während ich schieße. Das ist so dumm. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Oder während ich... Ich habe noch nicht mal geschossen. Wait for me. Ich werde wahrscheinlich auf den Plant gehen. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich werde jetzt hier natürlich auf der Ding bleiben. Auf der MP. Die ist hier für die B-Geschichte nicht schlecht. Also vor allem, wenn sie rushen. Und das werden sie jetzt machen. Oh Gott, er schmeißt nichts. Er schmeißt nichts. Wahnsinniger, mate. 2 in front of B. Okay, Achtung. Die fressen sich schön. Incoming Bomb ist B. Okay. Flash auf B. Ah, fuck. Move it! Ich muss schon ein bisschen close ran. Ah, shit. Gehst du an mich? Nein. Hier. Bitteschön. Shit. Ich dachte kurz, die drehen sich vielleicht weg, wenn ich die Decoy schmeiße. Aber nein. Der Mittelspieler bekommt echt O. Auf die Nase. Wie mein? Immer wenn ich am verschieben bin. Da nice timing. Der Kollege sagt es schon richtig. Die haben echt ein Timing. Wahnsinn. Pass auf. Jetzt hat unser Mate... Natürlich ist Timing das Jahrhundert. So nicht? Gut, mir der Umb ist halt auch kacke. Also auf die Range gegen der AK. Schwierig. Jetzt ekon wir erstmal ne Runde. Nice. Bomba war Mitte. Noch ein Kill. Ja, lass dich doch einfach auf Mitte rumstehen. Oder ich würde dich sogar kommen lassen. Solange einer in Z und einer auf Highway steht. Ist doch... One small gone B. Ist der... Hat er den gekillt? Hiya! In front of B. Bomba ist in front of B. B main. Please make it here. Keeps phone. He's tagged. Calm down. Oh fuck, he's coming. He's van's now. Ja! Sehr gut, sehr gut. So, also jetzt hole ich mir auf jeden Fall M4, falls nicht jemand droppt. Er hätte schon droppen können da, der Kollege. Aber naja, wenn er nicht will. Das ist schon mal ein ziemlich chilliges Team. Ich hab wieder Teamglück. Also bis auf den Anfang, diese eine kleine Sache, wo jemand da an meiner Stelle auf A ging. Ah ja. In front of B. Another one on B. Ja gut, aber jetzt muss er eigentlich nicht herkommen. Der sollte Mitte stehen bleiben. I'm coming. So, weh, der fickt mich jetzt wieder im Verschieben. Shit, jetzt hab ich da grad Molly liegen lassen, ne? Main one. Nice. Yeah! Das war wirklich eine schöne Geschichte. Da sind wir zu zweit exzellent vorgegangen. Ich muss schon sagen, gib ein Küsschen, komm her. Wie er davonrennt. Nein! Man muss es ja auch nicht übertreiben mit dieser Schmeichelei, ne? Kommt mal wieder runter. Zieht euch mal wieder an. Here we go again. Oh shit! Maybe we rush. Hey, I need help. Bomb is in front of B. Ventrum too. Na also. Ich hab jetzt halt zwei Flashes. Naja, ihr wisst, dass ich jetzt nicht so gerne spiel. Zwei Flashes, aber will die jetzt auch nicht verwerfen und dann noch was Neues kaufen. Äh, mate. Help on B. Bomb A. Wart für mich. Äh, wart für mich. Oh mein Gott, ich bin so bad. Serious, wir sind so okay, Leute. What? Five HP left. Shit. Oh mein Gott, mein... Hat er gar nichts getroffen, der Kollege? Er hat ja gesagt, oh shit, oh shit. Aber ich dachte, er hätte ihn vielleicht kurz angehustet oder sowas. Leute, 95. Ah fuck. Ah, up down, I can't down. Nice! Juhu! Jetzt bin ich aber schon zufrieden hier. Also ich muss echt sagen, wenn ich eurem Wunsch nachkomme, mich so ein bisschen mehr zu fokussieren auf das Spiel und nicht so sehr zu entertainen, weil es ja auch viel zu krass ist, das Entertainment. Und manchmal, damit kommt man gar nicht klar. Da kommt man gar nicht drauf klar auf sein Leben. Dann, äh, dann geht's echt. Dann mach ich doch ganz gute Sachen. Ja, und ich lauf gegen die Kiste. Das hab ich jetzt nicht wirklich gemacht. Achtung, und falls hier noch einer ist, kickt ihr den Date in die Fratz. Aber hier ist irgendwie keiner. Oh, blau ist durchgegangen. Ja, bomb down, that blue position. Ja, gonna rotate. Ich hab, ah, ja, da, ich hab ihn doch mit der AWP, äh, mit der Nate angefrackt. Ich hab's halt einfach drauf. Na gut, äh, wo ist denn der jetzt? Er saß da hinten rum, alles klar. Habt ihr noch eine Granate oder so? Nein, schade. Ja, mein Ame ist manchmal auch ein bisschen bad. Ich denke, das kennt jeder, oder? Wenn der Gegner hier ist und der zieht dahin. Ha, passiert. Ist passiert. Nass? Dude, Nass? Oh, 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 oh. Ah, ah, hier ist Quad, lass ihn, Quad. Komm, den habt ihr. Quad hab ich gesagt, Green! Green! Ist in Ordnung, ist in, ist in... Hab ich Quad? Hört sich Quad so stark nach Fork an? Quad? 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 I don't know, dude. I don't know. But maybe I think, you need to putz your E's. Putz ist Englisch für putzen. Naja, das ist ein sehr schwieriges Wort. Mario, da machst du. Oder warten wir, Grün? Nice. Da gehen sie einfach nicht auf der B drauf. It's a good team, but guys. Ja, ich bin auch wirklich zufrieden mit unserem Teamplayer hier. Es ist zwar einer dabei, der gar nichts sagt. Das muss man hier mal festhalten an der Stelle. Aber so an sich. Vor allem Orange und ich callen halt wie die Taktiker. Schlecht hin. Uns entgeht nichts. Komm ich nicht einfach mal da rein, jetzt so im Spaß. Mach ich dir, Gelb. Geh zur Seite. Ist in Ordnung, ich mach das Gelb. Ich bin schon da. Oh, shit! Gelb hab ich dir gemacht. Zwar dumm, aber ich hab ihn dir gemacht. Ich hab schon wieder angefangen, Behindert zu spielen. Hat er das gemerkt? Nein, nein, nein. Nicht zwei Flashes. Nein, 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 nein! Fuck! Jetzt hab ich keinen Molly, weil ich zwei Flashes hab, Alter. Fuck. Dann geh ich jetzt. Pass auf. Hoffentlich gelingt mir das jetzt. Nein, Grün, du gehst jetzt nicht mit. Ich will hier durchgehen. Ich will hier Events stehen. Auf A sind Schüsse. Das könnte also A werden. Nice, er hat ihn da oben schon mal geholt. Dann kann ich schön sicher passieren. He's still mit. Was auch. Na, shit, hier's Red Container. And one is mit. Last Round. Guys. Jetzt schön in der ersten Hälfte ein L4 gedrückt. Dann wär ich wirklich zufrieden. Höchst zufrieden. Oh Gott, da läuft was. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Diese scheiß Box. Bomb Endroom. Ich kam nicht hinter die Box. Ständig blockt sie mich. Ja. Ja, Leute, nice. Nice. Da erinnert sich ihr Leeds gold. Ja, gut. Ah! Von wo? Und das ist behind you? Ähm, be mine? Sunroom? Ich weiß, der ist einfach durchgegangen. Der sagt... Oh nein, Blue, geh lieber... Okay, Blue leg den. Nice. Okay, das hat minus 90. Die Bombe sollte gelegt werden. Das Team geht schon gut ab, muss ich wirklich sagen. Ihr kennt sicherlich das Gefühl, das man manchmal hat bei Teams. Man spielt mit denen und verliert, also stirbt, man selbst stirbt. Und man weiß genau, die werden das jetzt nicht holen, die Runde, weil ich tot bin. Das schaffen die nicht ohne mich. Und das hier ist nicht so ein Team. Das ist sehr, sehr angenehm. Das Team ist wirklich... Also jeder für sich, egal wer am Schluss zu zweit oder zu dritt übrig bleibt, die reißen das. Außer wir verlieren dann halt nicht. Nice. Oh. 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 Feindlich. Feindlich. I'm gonna watch behind. Behind is coming. What the fuck? Was war das? Ich hab schon mit ihm gerechnet und mir trotzdem so richtig hingeprescht. Habt ihr das gehört, dass hinter euch einer war? Jungs? Ja gut, die haben mir das halt voll in die Zange genommen, da... Ja. Das war jetzt nur eine Runde, die man auch mal abgeben kann. Galil zu da kaufen. Okay. Ich hasse die Galil. Ich hab zwar die ultrageile Chatterbox, aber ich find's trotzdem irgendwie schwer, mit dem Ding zu spielen. Okay. Ich glaube, dass bei Ding einer ist. Another one highway. He's mid now. I go for plant. One is main. Ach du Scheiße. Ha, Galil. Fuck. Galil, guckt euch jetzt an, wie die rumkrebelt. Wie kann man damit nur was treffen? Ich brauch die AK. Anders geht's nicht. Hey, on spot one. Ja, die Bombe noch geblockt. Ey, die Nate. What the fuck, ey. One is... Yeah, on side. Nice. Gonna plan for mine. So. Noch was highway. One is highway. Gut, dann geh ich mal wieder. Ich will jetzt nicht die AK verlieren. Obwohl ich ihn wahrscheinlich jetzt hier gleich treffe. Den kleinen Ball zeigt. Oh, nice. Nice, nice. Warum bekomme ich eigentlich ständig die Bombe, die Hand gedrückt? Drop die hier mal. Highway. Alter. Main one. Die haben eine Crap bei Mainstil, I think. Let's do mine. Nein. Das ist Forklift now. Was habe ich getan? Ich wollte ihn eigentlich von hinten wegschnitzeln, auf einmal ist er schon bei dem scheiß Forklift. Dann stehe ich natürlich saudumm da, wenn er nur noch sein Köpfchen zu sehen ist. Und ich in meiner vollen Pracht. Geldtechnisch stehen wir gerade nicht so breit aufgestellt da, aber das macht nichts. Den geht die Runde holen, weil ich schon wieder habe ich die Bombe. Leute, hört mir auf und dauernd die Bombe ist droppen, bitte. Dankeschön. Yellow guckt hinter uns, ne? Von Breitbox. Scheiße, jetzt stehen wir echt kacke hier, ne? Gut, gut, gut. Und ist er nicht? Yes. Fuck. Maybe I know. Letzte Runde. Es läuft echt richtig, richtig edel. Der Weg zum Adler ist, glaube ich, wirklich nicht mehr allzu weit. Er haut eine ultra krasse Flasch raus. Oh, oh. Pushen die hier oder was? Scheiße. Okay, jetzt habe ich mir die Bombe mal selbst geschnappt. Be pushed, I think. Ah, scheiße. Fuck, sorry. 95, 85. Ah. Ist es noch eine Runde und die kriegen wir nicht gebacken? Leute. Das ist ein bisschen lächerlich. Ja, gerade, oder? Connected one. Jawohl, jawohl, jawohl. Was trifft denn zu dir? Die ganze Zeit wird hier geschossen auf einen unschuldigen kleinen Terroristen. Leute, da schön hingucken. Man ist 21. Nice. Er kann gar kein Leben mehr gehabt haben, der Sack. Ah, schade. Mit einer Swag. Fuck. Unser Scout-Profi zerlegt sie jetzt richtig krass. Obacht. Er hat einen AWP? Was hat das für einen Scout? Oh shit. Von Forklift. Ich bin ungewollt ins Dauerfeuer gefallen. Ehr und spot ist da. Woo. Nice. Ja. Alter, stell auf dem zweiten Platz. Versteh ich denn mich? Hey. Sexy. Leute, das könnte echt wahr werden. Die LE-Haftigkeit. Obwohl, Doppel-AK. Ich weiß ja nicht. Aber wir waren echt nice. Das gesamte Team war gut. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Zusehen auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Da sind Sachen zum Anklicken. Erst dann. Da sind die leidige, dieuri- naß.